Hi, ich bin die Michaela und heute ist der vierte Tag von unserer großen Türkei-Reise mit dem Wohnwagen. Ich zeige euch jetzt mal, was heute so bei uns los war. Indem wir die Grenze von Bulgarien nach Griechenland übertreten haben, hat man sofort einen landschaftlichen Wandel bemerkt. Alles wirkte gleich viel mediterraner. Wir haben einen Campingplatz in Alexandropolis angesteuert. Diesen hatten wir schon im Januar dieses Jahr besucht und wir haben uns sehr gefreut, ihn mal in der Hauptsaison wiederzusehen. Wir sind natürlich direkt ans Meer gegangen. Wir waren schon über ein halbes Jahr nicht mehr am Meer und schon gar nicht bei so tollem Wetter. Wir haben uns richtig ausgetoben nach den langen Reisetagen. Das Meer ist so angenehm warm und es hat einen Riesenspaß gemacht. Und natürlich durften auch Taucherbrille und Schwimmreifen nicht fehlen. Wenn dir das Video gefallen hat und uns auf unserer Reise in die Türkei begleiten möchtest, dann kannst du sehr, sehr gerne ein Teil von unserer Community werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!